Ich bin der Christoph Roth, bin Mitarbeiter im Grünraum der Holding Graz. Wir betreuen 2,4 Millionen Quadratmeter Grünflächen der Stadt Graz. Darunter zählt auch Mäherarbeiten, Schneiden von Hecken und Sträuchern. Alljährlich sind auch 20.000 stadteigene Bäume zu pflegen und zu erhalten. Ich bin im Stadtpark stationiert. Wir mähen die Wiesen, wir schneiden die Sträucher und die Bäume. Darunter setzen wir auch Blumensäzen und pflegen die Beete und Unkrautdiäten. Wir sorgen rund um die Uhr 365 Tage im Jahr für ein sauberes Graz.